In der Heim, vielleicht redet er von Politik? Im Ganzen nicht. Wir haben gar nicht gewusst, dass er so eine Linke stimmt, wenn sie es gewinnen, in jener Zeit, pro Palästina. Er hat nicht geredet mit uns in Politik. Er ist nicht gewinnen. Man tat es gewinnen, ein komplizierter Mensch. Er hat eine Depression. Es ist nicht gewinnen, wie viel von ihm ist gewinnen. Das ist vielleicht meine Mama. Er hat das auch schwer. Wer wird das nicht tun? Ich bin sicher, dass er es erzählt wird. Aber ich weiß es tiefer wird. Er hat seine Taten verloren, wenn er ein Jungen kommt. Die Taten mit den Fischen konzipiert werden können. Wenn ein Jungen verlieren die Taten, in speziell als der Taten, wo er das auch vergetet hat. Und wo er allein hat übergenommen sein, Schliches zu versprechen in jüdisch, wirkt es auf den Geistigen, auf den Geistigen. Das ist eine Sache. Es ist eine Sache, wo es meine Tate gekommen zum Tisch und er hat nicht geredet. Er hat geschwiegen. Er hat mich gewiss, was zu tun. Es ist etwas, was er halt sehr wichtig ist. Menschen sollen frei reden reden. Er ist nicht frei wegen der geistigen Krankheiten. Er hat sich die Sache mehr verspricht, wie Menschen wissen. Er weiß es nicht, weil keiner will eine Schreibung nehmen. Er sagt, jetzt ist es depressiv, jetzt ist es Schizophrenie. Was er soll nicht sein ist, er hat sicher gewesen depressiv, er hat genehmen Mitteln gegen ihn, er ist am Wort des Gehoffene nochmals nicht. Und es ist gemein sehr treurig für ihn. Sie sehen, wie schwer es ist für ihn. Und Menschen fragen mich, warum hat ihn nicht, er hat keinmal nicht rebelliert gegen jüdisch. Er war gerade jüdisch. Er hat vielleicht gesehen, er hat gesehen, sie ist gemein aufs Aal. Und ich hätte sich so allein. Wir haben rebelliert auf andere Eifern, aber wir haben damit geregelt jüdisch. Es ist gewonnen in das. Und für das, er hat ihn sehr wichtig gesagt, er hat nicht nur geregelt jüdisch mit ins Privat in der Heim, aber er hat geschaffen als Privat für ihn. Zuerst mit der jüdischen Schule, dann noch mit dem, in den Gebängen, er hat uns geschickt in Camp Hemschach, wo er viel mit jüdisch geredet hat. Das heißt, junge Menschen, junge Leute, die kennen jüdisch, sind sie ehrlich, wenn Kinder von Immigranten in Lomanoschämlisch gewollt geredet kann jüdisch, aber sie gekannt jüdisch. der Jäger von Immigranten durch Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020